Kurz Werbung in eigener Sache, wir haben ja eine große Deutschland-Tour geplant. Leider, und es bricht mir wirklich das Herz, das sagen zu müssen, werden wir sie in dieser Form nicht machen können, und zwar aus ganz persönlichen Gründen. Vielleicht können wir euch das nochmal zu einem anderen Zeitpunkt erzählen. Dafür ist es jetzt leider noch zu früh. Es bricht uns das Herz, dass wir das nicht machen können. Wir werden euch natürlich alle, die ein Ticket gekauft haben, nochmal persönlich anschreiben via Mail. Macht euch keine Gedanken. Euer Geld ist nicht verloren. Ihr kriegt natürlich eure Tickets zurück. Aber für alle Kölner haben wir eine gute Nachricht. Ein kleines Trostpflaster sozusagen, weil wir, wie Friedrich schon sagte, es brach uns das Herz, diese Entscheidung, und bricht sie uns immer noch. Und wir konnten uns nicht so ganz hundertprozentig dann eben von allem trennen und haben gesagt, in unserer Heimat Köln, wenigstens da, wenigstens das schaffen wir irgendwie. Deswegen bleibt der geplante Termin in Köln, das ist der 3.11., alles wie gehabt. Wir verlegen allerdings die Location, da wird es auch noch ausreichend Infos zu geben, nur dass ihr das einmal gehört habt. 3.11., da bleibt. Kauft euch gerne dann dafür die Tickets, falls ihr für andere Städte schon eins gekauft habt. Wir freuen uns so sehr, wenn ihr kommt. Das wird so ein bisschen, ja, das wird schön persönlich. Wir freuen uns, wenn wir euch da alle treffen können, wenn wir dann ganz lange danach auch noch Zeit haben zu quatschen und einfach einen schönen Abend mit euch verbringen können. Deswegen kommt nach Köln. Wir freuen uns. Ja. Es wird so ein Live-Auftritt, also damit ihr euch das vorstellen könnt, es wird 90 Minuten live sein. Wir werden eine lange, lange Folge machen. Wir werden vielleicht auch einen Special Guest dabei haben. Eine kleine Überraschung. Und, was uns aber auch ganz wichtig ist, am Ende haben wir ja halt dieses Meet & Greet und es wird quasi, ja, Live-Auftritt mit vielleicht anschließend sogar kleiner gemeinsamer Party, um auch einfach nochmal uns, euch und den Podcast zu feiern. Also, wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Kauft euch ein Ticket. Wir versprechen euch, dass es sich lohnen wird. Jetzt geht's los mit der Folge. Dieser Fall ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Er gehört auf jeden Fall zu den dunkelsten und verstörendsten Fällen, die wir bisher in diesem Podcast besprochen haben. Und daher wirklich, das ist mir ganz, ganz wichtig oder uns ganz, ganz wichtig, direkt am Anfang die Triggerwarnung. Wir sprechen heute über Kindesmissbrauch und Pädophilie in wirklich schweren Fällen. Und wenn dich das triggert oder du dir das nicht anhören möchtest, was wir absolut verstehen können, dann überspringe bitte diese Folge. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, was dieser Promi getan hat. Und es war für mich, selbst in der Recherche, die schwierigste Recherche, die wir bisher gemacht haben und hat mich auch wahnsinnig emotional mitgenommen. Von daher können wir jeden verstehen, der vielleicht diese Folge einmal überspringen möchte. Bei der Verurteilung von dem ehemaligen Lost-Profit-Sänger Ian Watkins sagte der Richter, Mit diesen Verbrechen sei ein neuer Tiefpunkt der Verdorbenheit erreicht worden. Ein Gericht verurteilte den Rocker 2013 wegen pädophiler Übergriffe. Und der ehemalige Lost-Profit-Sänger gab unter anderem zu, versucht zu haben, ein elf Monate altes Baby zu vergewaltigen. Und das verlange nicht alles, was ihm vorgeworfen wird. Damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und ich muss jetzt direkt einmal sagen, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, jetzt schon. Also dieser Fall, von dem wussten Fredi und ich beide vorher, wir haben den einfach nie damals, als das passiert ist alles, haben wir das einfach nicht mitbekommen. Und einige von euch, wir fragen ja auch immer nach Wünschen oder nach Ideen und ihr seid da so fleißig und so toll mit eurem Input. Also vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Und einige von euch haben tatsächlich dieses Thema rund um Ian Watkins uns einmal rüber gespielt. Und wir hatten das dann auf unserer Liste und haben gedacht, okay, jetzt gucken wir uns das mal an. Und ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt dieses Mal den Teil, dass ich so ein bisschen sein Leben und seine Karriere beleuchtet habe. Und das war, war ja alles in Ordnung. Also der hat, der hat jetzt nochmal aufgewachsen, das erzähle ich euch gleich. Und der hatte eine sehr, sehr gute, sehr erfolgreiche Karriere dann. Und den dunklen Part hatte Fredi diesmal. Und natürlich weiß ich, was passiert ist, aber nicht die Details. Und dementsprechend habe ich gerade schon nur bei der Triggerwarnung von dir, Fredi, hatte ich schon Gänsehaut am ganzen Körper. Und ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es ähnlich wird wie bei Jimmy Savile damals. Da ging es uns auch richtig schlecht. Das weiß ich noch. Das hat uns so mitgenommen. Gut. Ich würde sagen, wir fangen erst mal einfach an. Noch ist es flauschig. Noch könnt ihr alle zuhören. Das ist alles wirklich jetzt gar nicht schlimm. Also Ian Watkins wurde am 30. Juli 1977 geboren. Er wuchs in einer Stadt namens Pontypritt auf. Das ist eine kleine Stadt in Wales in Großbritannien. Er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater John und zu seiner Mutter. Elaine. Die standen sich sehr nah. Schon in jungen Jahren hat er ein großes Interesse an Musik entwickelt. Er hat die Hawthorne High School besucht. Da hat er in einer Band gespielt und hat dort auch Mike Lewis kennengelernt. Der wird sein späterer Bandkollege. Mit dem hat er dann eine Band gegründet vor den Lost Prophets. Da komme ich aber gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Nach der Schule ging er auf die Uni, auf die University of Wales. Da hat er Grafikdesign studiert und seinen Abschluss mit Auszeichnungen gemacht. Und während dieser Zeit an der Uni hat er dann die Lost Prophets gegründet, diese Band. Aber das erzähle ich jetzt nochmal in dem Teil seiner Karriere auch. Also soweit war das, was tatsächlich so grob umrissen, was sein Leben und seine Kindheit angeht. Man findet gar nicht so viel. Ich denke mal, das liegt daran, dass alles andere so viel schwerer wiegt. Und wenn man ihn googelt, eigentlich immer nur seine Taten findet und all das, was passiert ist und was danach passiert ist. Dementsprechend, aber ich glaube, so kriegt man einen groben Einblick schon mal in sein Leben. Bis dahin war alles normal und alles nicht auffällig, sag ich mal. Seine Karriere begann dann zusammen, das hatte ich ja eben schon gesagt, mit Mike Lewis, seinem Freund, mit dem er 1991 die Band Aftermath gegründet hat. Die hat sich dann aber relativ schnell wieder aufgelöst. Und ich habe mich so gefragt, also von all diesen Bands habe ich irgendwie nie so wirklich gehört. Der hat mehrere gegründet, aber das ist halt, die Musikrichtung von Aftermath zum Beispiel war so Trash Metal. Und ich muss sagen, das ist überhaupt nicht meine Musikrichtung. Deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass ich von denen nie was gehört habe. Die haben damals in einem Schuppen in Ians Garten gestartet. Also es war so eine klassische Schülerband, die sich irgendwie ausprobiert hat. Und die nie so wirklich Material, also die haben nie wirklich Material aufgenommen. Und sie hatten dann in den zwei Jahren, in denen diese Band es gab, hatten die zwei Auftritte, um da einmal so eine Idee zu bekommen, dass die wirklich nicht wirklich viel weitergemacht haben und nicht groß wurden. Dann hat er danach mit einem anderen Freund eine Band namens Flashbind gegründet. Das ist eher so, ja, unbedeutend eigentlich, weil die haben zwei, die haben ein paar Shows gespielt, aber die existierten insgesamt nur kurz. Und da gibt es jetzt wirklich nichts Nennwertes zu sagen. Aber man merkt halt, dass diese Affinität zur Musik halt tatsächlich bei ihm sehr früh begonnen hat und sich die ganze Zeit weiterzog. Und wenn wir uns erinnern, er hat Grafikdesign studiert, das hat er ja dann nie weiter verfolgt, obwohl er mit Auszeichnungen das abgeschlossen hat. Er hat sich dann wieder Mike Lewis angeschlossen, dem Freund aus der Schule, der als Schlagzeuger in einer 1995 gegründeten Band namens Public Disturbance spielte. Und kurz darauf wurden dann tatsächlich die Lost Prophets gegründet, nämlich 1997 und Ian Watkins war da der Liedsänger. Er hat dann ein Jahr nach dieser Gründung, also 1998, die Band Public Disturbance wieder verlassen. Also es war eine Zeit lang, lief das parallel, um sich dann auf die neue Band, eben auf die Lost Prophets konzentrieren zu können. Und diese Band gewann sehr, sehr schnell eine sehr große Popularität. Das Debütalbum kam 2000 raus und fand super schnell Anklang. Sie sprachen ein breites Publikum an, eben wegen dieser Musikrichtung, weil viele Leute tatsächlich das ja auch gerne hören. Watkins sagte später, dass das Konzert der Band im Dezember 2001 der entscheidende Moment ihrer Geschichte war. Ich zitiere, es war unglaublich. Nur ein paar Monate zuvor hatten wir im Barfly gespielt. Das ist eine kleine Location. Das war cool. Aber dann im Coal Exchange, das ist eine größere Location, zu spielen und wir dachten noch, ist das nicht ein bisschen groß? Und dann war doch irgendwie alles im Voraus ausverkauft. Es ist wirklich schön, in seiner Heimatstadt vor einem ausverkauften Veranstaltungsort und einem Publikum zu spielen, das wirklich abgeht. Also mit diesem Zitat merkt man, die sind in kürzester Zeit wirklich sehr, sehr groß geworden und haben dann irgendwie ein sehr breites Publikum angesprochen. Ihren internationalen Durchbruch hatte die Band dann final mit dem zweiten Album. Das war 2004. Sie bekamen dann weltweite Aufmerksamkeit, vor allem in Großbritannien und den USA und tourten dann auf der ganzen Welt. Bekannt waren sie vor allem für ihre riesen Live-Shows. Also die haben da wirklich ein gutes Programm abgezogen und das haben die Leute natürlich total gefeiert. Mit dem Album Liberation Transmission, das kam 2006 raus, haben sie dann auch den ersten Platz in den britischen Album Charts bekommen, gewonnen. Wie auch immer man sagt, sie belegten diesen Platz. Insgesamt veröffentlichten sie fünf Alben. Das letzte war 2012. Das hat natürlich auch einen Grund dieses Jahr, da wird die Fredi gleich näher drauf eingehen. Insgesamt kann man aber wirklich sagen, dass die Band vor allem in den 2000ern ziemlich erfolgreich war, diese mehreren Alben wirklich alle gut funktioniert haben. Und natürlich, Watkins vor allem, weil er war nun mal der Frontsänger, sehr viel Ruhm und Anerkennung bekommen hat. Seine Karriere begann vielversprechend und ging dann auch, ja, ging dann so weiter, bis eben der große Knall kam. Und für die Leute, so wie ich, die die Lost Prophets nie gehört haben, es ist so eine Mischung aus Alternative Rock, New Metal und Post-Hardcore. Also wirklich so, ja, also genau, also ich habe hier in meinen Notizen stehen, gar nicht meine Musik, lach, Smiley. Also so ist es wirklich, das muss ich wirklich sagen, das Letzte, was ich hören würde, tatsächlich. Watkins sagte 2004 in einem Interview, dass vor allem die Band Faith No More, die kennen wahrscheinlich auch viele von euch, einen sehr, sehr großen Einfluss auf ihn und seine Musik hatte. Also es ging so ein bisschen in die Richtung, er hat sich da natürlich auch irgendwie Input geholt und sich an anderen Musikstilen und Bands orientiert. 2006 bekamen sie drei Preise bei der Verleihung der Welsh Pop Factory. 2008 hat Watkins an einem Konzert der Kidney Wales Foundation teilgenommen und gab als Grund an, dass seine Mutter eine Nierentransplantation benötigte. Also das hat er noch aus sehr, ja, gute Hintergründe, dass er da eben teilgenommen hat, weil er Aufmerksamkeit auch auf dieses Thema legen wollte. Und 2009 hat er noch ein Remix-Nebenprojekt gestartet, auf dem er 17 Remixe von Künstlern wie The Killers, Beyoncé, Tears for Fears und so. Also das ist jetzt dann wieder mehr, was man so kennt. Also der war super umtriebig und tatsächlich sehr talentiert. Also was das angeht, deswegen sage ich, das ist der flauschige Part, weil bis hierhin war alles fein. Aber ich habe es da jetzt eben schon ein bisschen angedeutet, 2012 war da nichts mehr fein. Da kam nämlich dann einiges zum Vorschein, was Friedi uns hat erzählt und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Angst davor. Ich würde jetzt wohl ganz klar sagen, brauchst du nicht. Was heißt Angst, brauchst du natürlich nicht haben. Aber ich hätte halt bei diesen Recherchen wirklich am liebsten zwischendurch einfach, wurde mir schlecht, also wirklich schlecht. Wo ich dachte, okay, ich breche gleich hin. Zwischendurch wollte ich aber nur Tränen ausbrechen oder halt irgendwie vor Wut irgendwas kaputt machen. Und ich habe mich teilweise auch vorbereitet, wo andere Leute, mein Mann oder Arbeitskollegen in der Nähe waren und die haben meine Laune deutlich mitbekommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Moment extrem nah am Wasser gebaut bin, aber dieser Fall geht einem definitiv unter die Haut. Also kommen wir zu dem, was dem Sänger vorgeworfen wurde oder wird. Der ehemalige Lost Prophet-Sänger gab unter anderem zu, wie ich auch schon im Intro gesagt habe, versucht zu haben, ein elf Monate altes Baby zu vergewaltigen. Er erzählte auch, dass er mit einer jungen Mutter vereinbart hatte, sich an ihrer kleinen Tochter zu vergehen. Außerdem schlief er mit einer 16-jährigen Verehrerin seiner Band und urinierte auf sie. Und das war lange nicht alles. Das war natürlich nicht alles, was ihm vorgeworfen wurde. Auch hier dieses, dass er mit ihr geschlafen hatte, das habe ich übernommen aus einem Artikel, bin ich ein bisschen darüber gestolpert, warum da nicht Vergewaltigung steht. Das war aber dann in den Gerichtsunterlagen auch so festgehalten und deswegen bin ich bei diesem Begriff, schlief mit ihr, Sex mit ihr gehabt haben, dabei geblieben. Aber wie ich schon sagte, das war nicht alles, was ihm vorgeworfen wurde. Der Richter betonte bei der Verhandlung, wie viel Freude Watkins bei seinen schrecklichen Taten mit kleinen Kindern offensichtlich hatte. Und der Richter verurteilte den Sänger der Band Lost Prophets wegen der versuchten Vergewaltigungszweierbabys, kam am Ende raus, und anderer nicht nachvollziehbarer Sexualdelikte zu 35 Jahren Haft und sechs davon wurden zur Bewährung ausgesetzt. Bevor der Sänger sich allerdings schuldig bekannte, stritt er natürlich erstmal alles vehement ab. Und selbst als dann vor Gericht beispielsweise wirklich belastendes Videomaterial gezeigt wurde, auf dem seine unverwechselbaren Tattoos deutlich zu sehen waren, behauptete er laut der Daily Mail zunächst nur, dass das alles gefälscht sei. Und er sagte auch in den ersten Verhören, dass ein verrückter Fan würde ihn verfolgen, irgendwelche Leute hätten sein Computer gehackt oder er sei Opfer einer bösartigen Kampagne. Das änderte sich aber dann schnell, also das hat er wirklich nur am Anfang, hat er versucht dagegen zu halten, hat dann gemerkt, okay, es glaubt ihm keiner ab, dass er Opfer einer bösartigen Kampagne ist. Und so hat er sich dann schuldig bekannt. Und zwar insgesamt in 13 Fällen von Kindesmissbrauch. Darunter, wie gesagt, die versuchte Vergewaltigung eines Babys, eines Kindes, die Verabredung zur Vergewaltigung. Er bestreitet die vollendete Vergewaltigung eines Babys, das streitet er ab. Er sagt aber auch, dass seine Erinnerungen durch Drogenkonsum getrübt sein könnten und das natürlich dann auch weitaus mehr Opfer, es weitaus mehr Opfer gegeben haben könnte. Weiß er aber nicht, weil er einfach in dieser Zeit wohl sehr zugedröhnt gewesen sein soll. Allein das finde ich schon so. Wie kann man das, also gut, da kommen wir wieder zu diesem Thema, was wir fast jede Folge haben, dass wir sagen, wir haben beide keine Erfahrung mit Drogen. Aber wie zugedröhnt kann man sein, dass man sowas dann nicht mehr weiß? Ja, das ist Quatsch. Das ist einfach, also ich komme auch gleich nochmal auf das Thema Drogen zu sprechen. Das war, ja irgendwie, es zieht sich so ein bisschen durch den Fall, aber auf eine ganz schreckliche Art und Weise. Das erzähle ich gleich. Auf jeden Fall ist das natürlich Quatsch. Der Richter hat das auch nicht sozusagen nicht gelten lassen. Die Anklage hat den Sänger als bekennenden und entschlossenen Pädophilen beschrieben. Und er saß damals nicht alleine auf der Anklagebank. Mit ihm saßen, und das finde ich auch ganz schrecklich, diese Vorstellung, zwei Mütter saßen mit ihm auf der Anklagebank. Denn sie ermöglichten damals diesen Missbrauch. Mit ihnen kommunizierte er unter anderem via SMS. Und auch diese Gesprächsprotokolle lagen natürlich dem Gericht vor. In Kurzbeteilungen, die er dann mit diesen Frauen geschrieben hat, hieß es zum Beispiel, wenn du zu mir gehörst, dann tut es dein Baby auch. Und was natürlich auch einfach total schockierend war, dass laut der Anklage soll er geplant haben, den Babys beizubringen, wie man Drogen nimmt. Und dieser Konsum von Rauschgiften soll halt für alle drei Tatverdächtige, also für die zwei Mütter und ihn, eine ganz bedeutende Rolle während des Verbrechens gespielt haben. Er wollte zum Beispiel ein Baby betäuben, indem es ihm Crystal Meth ins Gesicht pustet, um dann unbeschreibbare Dinge zu tun. Diese Frauen führten ihm halt maßgeblich diese Kinder zu und deswegen wurden sie auch zu 14 und 17 Jahre Haft verurteilt. Bei den Frauen handelt es sich um Fans von der Rockband und die natürlich offenbar aus völlig falsch verstandene Liebe zu dem Sänger standen oder gehandelt haben. Und ich finde es auch absolut richtig, dass sie genauso wie er verurteilt wurden. Und laut dem Gericht plante Watkins immer in E-Mails und Skype-Gesprächen mit den beiden weiblichen Fans in Missbrauch ihrer eigenen Babys. Und darin schrieb er von seinem Verlangen nach einem Sommer des dreckigen Kinderpornos und dem Wunsch, eines seiner Opfer eben zu betäuben, indem er ihm den Rauch von Crystal Meth ins Gesicht blies. Das ist so krank. Ja. Bei einem Treffen in einem Londoner Hotel filmte er sich selbst bei einem Sexakt mit einem Baby oder bei dem versuchten Sexakt mit einem Baby. Und in einem Skype-Gespräch mit der Mutter des anderen Babys ermutigte er sie, ihr eigenes Kind zu missbrauchen. Also wird einem schlecht einfach, ne? Und die Staatsanwaltschaft sagte dann auch nach dem Urteil, Ian Watkins ist der Ringführer dieser furchtbaren Verschwörung. Und es ist richtig, dass dies auch seine Strafe widerspiegelt. Er ist ein überaus gefährliches und manipulatives Individuum, der auf berechnete Weise seine Opfer nachstellt. Es sei unverständlich, dass Erwachsene derart entsetzliche Taten gegenüber Kinder verüben. Und das, was ich, also dann natürlich, ich komme auch später noch darauf, wie er festgenommen worden ist. Aber die Polizei hatte ja dann irgendwann Zugriff auf verschlüsselte Dateien auf seinem Computer. Und sein Passwort war beispielsweise unter anderem I fuck kids. Und das will ich jetzt auch gar nicht auf Deutsch übersetzen. Ich glaube, das kann sich jeder gerade, versteht wahrscheinlich, was das bedeutet. Und genau, Nina, du, ich komme schon ins Stottern. Ich sehe es dir an, also dir geht sie mir. Mir ist einfach dann auch kotzübel. Und wenn man dann oder wenn ihr jetzt auch noch glaubt, dass man seit seiner Haft irgendwie nichts mehr von ihm gehört hätte oder er irgendwie gemerkt hat, was für ein Monster er ist oder er Reue zeigt, dann sage ich es euch jetzt direkt, dann täuscht ihr euch. So ist es nämlich nicht. Das Magazin Weiß, das ist ein ganz spannendes Investigativmagazin übrigens, hat 2017, also vier Jahre nach der Verurteilung, herausgefunden, dass er aus dem Gefängnis heraus Kontakt zu einer jungen Mutter aufnahm. 2016 hat die junge Frau auch ein riesiger Fan von der Band ihm zum ersten Mal geschrieben. Und auch in einer seiner Antworten schrieb er dann, dass er sie liebte. Sie fing an, den Sänger in der Haftanstalt zu besuchen und glaubte auch weiter an dessen Unschuld, selbst dann noch, als er irgendwann so verdächtige Fragen stellte wie, was würdest du eigentlich machen, wenn deine kleine Tochter beim Sex ins Zimmer käme? Und die junge Frau hat Berichten zufolge sogar ein Verlobungsring gekauft. Also ihr seht, wie sehr sie in seinen Bann gezogen war. Ihre zweijährige Tochter wurde damals an das Jugendamt übergeben, zum Glück, als halt eben herauskam, dass sie ein Verhältnis mit Ian Watkins angefangen hatte. Obwohl sie alles wusste, obwohl er ein verurteilter Pädophiler ist. Und was ich halt so krass finde, ist halt wirklich, dass einer dieser berüchtigsten Pädophilen, also du hast vorhin Jimmy Savile gesagt, Jimmy Savile ist wirklich ein ähnlich großer Fall oder ich glaube, das sind die beiden größten Pädophilen Fälle in Großbritannien, was auch Prominenz angeht. Und dass dieser Mann es trotzdem heraus schafft, aus einem Gefängnis heraus weiter Menschen zu manipulieren und sexualisierte Nachrichten bezüglich kleiner Kinder verschicken kann. Dass das überhaupt funktioniert, finde ich schockierend. Aber gut, mir fehlen grundsätzlich in diesem Fall eh die Worte. Also mich schockt hier wirklich fast gar nichts mehr. Und 2012, gehen wir wieder zurück, war so, wie Nina ja auch schon sagte, das Jahr, wo man zum ersten Mal von seiner Festnahme gelesen hat. Und das war natürlich dann auch das Ende der ziemlich erfolgreichen Rockband. Es gab tatsächlich schon Gerüchte in einigen Foren von Fans und da wurde auch darüber diskutiert, dass der Sänger Pädophil sei. Da habe ich auch gleich noch ein Beispiel. Allerdings trafen natürlich die Anschuldigung die meisten Fans völlig überraschend. Und die Polizei ist auf ihn aufmerksam geworden Ende 2012 und zwar aufgrund seines Drogenkonsums, weil die Drogen wurden ihm zum Verhängnis. Und sie entdeckten dann dabei, wahrscheinlich als sie sein Haus, seine Wohnung durchsucht hatten, Festplatten mit Bild- und Videomaterial, das ihnen beim Missbrauch von Minderjährigen zeigt. Sie fanden heraus, dass sich Watkins seit mindestens fünf Jahren an Kindern vergangen haben muss und aufgrund diverser Tourneen der Band wahrscheinlich auch Opfer auf der ganzen Welt hat. Also es gab dann auch wirklich Untersuchungen in Deutschland, in der USA, um halt herauszufinden, ob es nicht noch mehr Opfer gibt. Und weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass sich das nur auf Großbritannien einschränkt. Diese sexuellen Übergriffe sollen sich in Hotels in London und Wales zugetragen haben und die Beweisstücke gelangten laut der BBC in die Hände der Polizei, nachdem sie halt eben die Computer, Laptops, Handys und alles aus dem Besitz des Sängers konfessiert haben. Und ja, es wurde natürlich Ian Watkins zum Verhängnis, dass er die Angewohnheit hatte, die Vergewaltigungen zu filmen, für sein späteres Vergnügen. Und die anderen fünf Lost-Profits-Mitglieder, die veröffentlichten dann natürlich auch 2012, nur kurz nach seinem Geständnis, ein Statement. Und zwar beantworten sie die Frage, die ich mir natürlich auch direkt gestellt habe und ihr euch wahrscheinlich auch. Und sie sagten, ich zitiere, viele von euch wollen verständlicherweise wissen, ob wir von Ians Taten wussten. Und wir sagen ganz deutlich, nein, das taten wir nicht. Wir sind wegen der Ermittlungsergebnisse unglaublich traurig, wütend und angeekelt. Unser Mitgefühl gilt Ians Familie, den Fans und Freunden, die er hintergangen hat und vor allem den Opfern seiner Verbrechen. Und was eigentlich für mich noch schockierender war, ist, dass es schon Hinweise auf die Taten von Watkins gab, und zwar Jahre vor seiner Festnahme. Weil während seine Bandkollegen und Fans eigentlich nicht wussten, was Watkins da so trieb, sind, wie gesagt, bei der Polizei von South Wales Hinweise eingetroffen. Und zwar im Jahr 2008 von seiner Ex-Freundin Joanne. Sie rief wohl am 29. Dezember beim örtlichen Kinderschutzamt an. Und sie erzählte, dass der Sänger laut eigener Aussage einem Kleinkind Kokain gegeben und es sexuell berührt habe. Die Angestellten leiteten die Information natürlich sofort an die Polizei weiter und es wurden sogar Ermittlungen in die Wege geleitet. Aber aufgrund unzureichender Beweise stellte man das Ganze wieder ein. Und im Laufe der darauffolgenden vier Jahre, zwischen 2008 und 2012, kontaktierten immer wieder Frauen die Polizei, darunter auch nochmal Joanne, um Watkins aufgrund unterschiedlicher Vergehen anzuzeigen. Sie warfen dem Sänger vor, Drogen genommen zu haben, kinderpornografisches Material zu besitzen oder dass er halt sexuelles Interesse an Kindern gezeigt hat. Also er hat scheinbar auch einfach keinen Hehl daraus gemacht. Und diese Frauen sind zur Polizei gegangen. Allerdings wurde keiner dieser Frauen ernst genommen. Und es ist wirklich so weit gegangen. Ich habe jetzt noch ein Beispiel von 2010. Da haben junge weibliche Fans die Polizei alarmiert. Das hat die Daily Mail damals berichtet, weil sie Bildmaterial auf seinem Computer entdeckten. Ich weiß jetzt nicht, wie die weiblichen Fans an seinen Computer gelangt sind. Das konnte ich auch nicht rausfinden. Deswegen nehmen wir das jetzt mal als gegeben hin. Also junge weibliche Fans haben der Polizei gesagt oder haben die Polizei alarmiert, weil sie halt eben Bildmaterial auf seinem Computer entdeckt haben. Und dieses Bildmaterial zeigt ihn halt eben beim Sex mit Minderjährigen. Außerdem hat Watkins wohl in Internetforen Fotos hochgeladen, die mehr als 40.000 Mal angeklickt wurden. Und auf diesen Fotos halt auch eben Dinge zu sehen waren. Und dann gab es auch einen Anhänger der Band, der mal in einem Forum was gepostet hat. Und zwar hat er gepostet, er hat pornografische Bilder von einem jungen Mädchen an ein paar andere Mädchen geschickt und ihnen gesagt, dass die Kinder fünf Jahre alt sind und er sie vergewaltigt hat. Er sieht sich wohl auch andauernd Kinderpornografie an. Ein kranker, kranker Mann. Also das war ein Kommentar von einem Anhänger der Band. Ich sagte ja schon, es gab Gerüchte in diesen ganzen Foren, dass da etwas ist. Aber da hat nie jemand drauf reagiert. Also er konnte einfach weitermachen, obwohl es ja scheinbar in den inneren Kreisen, zumindest bei den Fans, ein offenes Geheimnis war. Und meistens sollen halt bei diesen Treffen mit den Kindern auch harte Drogen im Spiel gewesen sein. Er soll sie sogar seinen Opfern dann eben verabreicht haben. Das hat wohl auch ein Fan berichtet, weil er darüber Informationen gefunden hatte auf dem PC, wie Watkins Kinder halt eben unter Drogen setzt. Und eine Zeugin, und das ist die Hauptzeugin Joanne, über die möchte ich jetzt auch länger sprechen, die Ex-Freundin, war halt so verzweifelt, weil die Polizei ihr ja nicht geglaubt hat, dass sie versucht hat, selber Beweise gegen Watkins zu sammeln. Also sie wollte ihm eine Falle stellen. Allerdings wurde ihr das dann zum Verhängnis, weil dann 2015 sie selber vor Gericht stand. Man warf ihr vor, Bilder zu besitzen und zu verbreiten, die halt Kindesmissbrauch zeigten. Und dabei sagte sie, dass sie ja damals einfach nur ihrem Ex-Freund eine Falle stellen wollte. Und es wurden dann auch alle Anklagepunkte gegen sie fallen gelassen, weil sie nämlich auch bei dieser Gerichtsverhandlung beschrieb, wie die Polizei es einfach versäumt hatte, über die Jahre den Informationen nachzugehen, die sie ja eigentlich schon längst angeliefert hatte. Also die Polizei hatte ja einen mehr als genug, um ihn früher hochzunehmen. Und er hatte ja vier Jahre lang Zeit, weiterzumachen. Und sie hatte denen wirklich alles auf dem Silbertablett geliefert, was sie brauchten. Sie hatte sogar eine der Mütter, die Watkins manipuliert hatte, zu den Beamten geschickt und mitgebracht sozusagen. Und sagte halt eben aus, dass diese junge Frau wie besessen von einem Sänger sei. Und so besessen, dass sie sogar, naja, nicht bereit wäre, aber dass der Watkins sie so weit manipulieren könnte, dass er vielleicht auch ihr Baby vergewaltigen wollen würde. Der Polizist wies sie jedoch ab, weil er annahm, dass Joanne einfach nur sauer auf ihren Ex sei und sich das alles ausgedacht hat. Und das finde ich, das muss man sich echt auch einfach mal reinziehen. Wie krass das auch einfach sein muss für die Ex-Freundin Joanne, wenn sie mit solchen Geschichten kommt, dass sie nicht ernst genommen wird. Und man dann einfach sagt so nach dem Motto, ja, ja, beruhig dich mal. Du bist einfach nur sauer auf ihn. Das macht mich so sauer. Und du denkst jetzt alles aus. Das macht mich so, wirklich, ich platze jetzt. Ich habe mir das jetzt die ganze Zeit angehört und ich platze innerlich, weil ich mir denke, ah, hätte schon so viel eher was getan werden können, sodass dann weitere Taten hätten verhindert werden können. Allein überleg mal diese vier Jahre. Wie viel da mit Sicherheit passiert ist, was nie hätte passieren müssen, wenn das schon, allein das macht mich so sauer. Und dann ist da eine Frau, die irgendwie, und da reden wir jetzt auch nicht von zwei Normalo-Menschen, sondern wir reden hier von einer Frau, die irgendwie gegen so einen Super-Pop-Rockstar irgendwie vorgeht, sich schon traut und dann wird sie nicht ernst genommen. Ja, und ich bin jetzt einfach mal vorweg, also man hat natürlich dann auch, also man vermutet, dass sie nicht ernst genommen worden ist, weil sie eine ehemalige Prostituierte ist. Ja, auch, weißt du, auch das, was ist das für eine Scheiße? Ja, komplett. Und man hat dann später nämlich auch eine Ermittlung eingeleitet, warum eigentlich nicht früher was passiert ist. Dann hat man überlegt, okay, liegt es irgendwie daran, dass er ein Promi ist, dass die Polizei gehemmt war, gegen ihn zu ermitteln, also dieser Promi-Status. Dann hat die Ermittlung aber herausgefunden, so die interne, so nee, das ist es nicht gewesen, sondern man ist stattdessen zu dem Schluss gekommen, dass die Polizei Joannes Glaubwürdigkeit zunächst eine Frage gestellt hat und in einem Bericht steht, alle Involvierten fanden sich mit der Skepsis gegenüber Joannes Aussagen ab. Es fehlte ihnen an Aufgeschlossenheit und professioneller Neugierde, also es fehlte den Polizisten an Aufgeschlossenheit und professioneller Neugierde und sie haben einfach die Aussagen von Joannes so hingenommen. Und man vermutet halt wirklich, und das ist auch meine Interpretation, dass halt eben die Tatsache, dass sie eine ehemalige Prostituierte ist, natürlich die Polizei beeinflusst hat. Und wenn man sich mal überlegt, was sie halt alles erzählt hat, weil sie hatte 2007, sie kennt Watkins schon länger, 2007 hat sie das erste Mal was von seiner sexuellen Neigung mitbekommen. Und zu diesem Zeitpunkt waren die beiden schon ein Jahr lang ein Paar und der Sänger soll ihr beschrieben haben, wie er in Los Angeles eine Zwölfjährige vergewaltigt hatte. Ein paar Monate später schickte er ihr dann auch ein Foto von einem fünf Jahre alten Mädchen, das mit Kokain posierte und laut ihm total sexy aussehe. Joanne erinnert sich dann vor Gericht, dass sie dann zu ihm gesagt hat oder dass sie dann das Gefühl hatte, da zog sich alles in mir zusammen. Ich war total verwirrt. Einerseits liebte ich diesen Mann, aber andererseits schickte er mir so ein Bild. Wie konnte ich Gefühle für einen Menschen haben, der solche Sachen versendet? Und das war der Punkt, der Turning Point halt natürlich für sie, wo sie gesagt hat, sie möchte, dass da was passiert, dass man ihn stoppt. Aber dann war halt natürlich die große Frage, als sie natürlich dann zur Polizei gegangen ist, wie konnte Ian Watkins so lange mit den Verbrechen davon kommen und warum war die Polizei so untätig? Und man ist halt eben zu diesem Schluss gekommen, dass es nicht am Promistatus liegt, wie ich gerade gesagt habe, sondern halt eben, dass man Joanne nicht geglaubt hat und auch diesen anderen Frauen nicht geglaubt hat. Und sie hatte beispielsweise auch bei ihrer allerersten Aussage eine Textnachricht von Watkins auf ihrem Handy, in dem, auf dieser Textnachricht hat der Sänger explizit den Wunsch nach Sex mit Kindern geäußert. Die Polizei hat sich diese Nachricht aber jedoch nie angeschaut oder in der Beweisführung aufgenommen oder auch nur irgendwas damit getan. Und so ist halt Ian Watkins jahrelang davon gekommen. Und das nicht, weil er ein Promi ist oder so berühmt war, sondern weil die Frauen, die den Mut hatten, gegen ihn auszusagen, einfach nicht geglaubt wurde. Und das ist ein, das ist tief, ja, tief traurig. Ich finde, das ist eine, eine furchtbare Geschichte von, ich will gar nicht wissen, wie groß die dunkle Ziffer ist. Das denke ich auch die ganze Zeit in den Kopf, ja. Das ist ja jetzt ein, ein, ein Bruchteil von dem, was er getan hat. Und ich will auch gar nicht weiter darauf rumreiten. Ich will auch gar nicht weiter darüber sprechen oder noch mehr Fälle ausgraben. Ich glaube, es wird sehr deutlich, was dieser Mann getan hat, dass dieser Mann ein, 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 ein schwer pädophiler, krimineller Mann ist, der wirklich furchtbare, unaussprechliche Taten getan hat und deswegen auch absolut zu Recht für 35 Jahre im Gefängnis sitzt. Und da ist ja jetzt auch was passiert. Ja, ich wollte nur einmal noch, weil ich finde, das verdeutlicht das total. Ich habe so ein Interview mit so einem Polizisten mir durchgelesen, der das damals, der damals involviert war. Und der sagte, Zitat, bei Watkins Taten würde es sich um den verstörendsten Fall von Kindesmissbrauch handeln, den er in seiner 28-jährigen Laufbahn als Polizist je gesehen habe. Das Schuldgeständnis hat uns davor bewahrt, sagte er, die Geschworenen mit dem Beweismaterial konfrontieren zu müssen. Das wäre extrem traumatisch gewesen. Ich finde, das steht für sich irgendwie. Und genau das, was du sagst, man will da gar nicht so ins Detail gehen, weil das, was man sich vorstellt, reicht eigentlich schon. Die Bilder will man nicht im Kopf haben. Ich glaube, die werden, wird man auch nie mehr los. Und ich habe die Beamten, die diese Festplatten sich anschauen mussten. Ein Freund von mir, der ist Anwalt und der musste neulich auch sich Bilder angucken von so einer Kinderpädophilie-Seite, die gefunden wurde, weil er eine Anfrage bekommen hat, ob er einen der Beschuldigten vertreten möchte. Und dann hat er da kurz drüber nachgedacht, hat sich das dann angeguckt und war dann auch so, Leute, ich kann es nicht, es geht nicht. Also deswegen, ich meine, irgendwer muss es tun, muss man ja leider so sagen. Und es ist gut, dass es Menschen gibt, die das machen. Ich habe den vollsten Respekt davor, aber ich könnte das nicht. Ich könnte das einfach nicht. Ich auch nicht. Da habe ich witzigerweise letztens mit einem befreundeten Polizisten drüber gesprochen, über diese Sondereinheiten, die sich mit diesen Fällen auseinandersetzen. Wir haben ja auch eine große Einheit hier in Köln sitzen, die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, im Darknet nach Pädophilen zu suchen, was ja wahnsinnig wichtig ist, dass diese Schweine und diese Arschlöcher und diese wirklich, es ist so, dass diese abartigen Menschen gefunden werden, bestraft werden. Für mich gibt es kein Maß, was zu hoch ist an Bestrafung. Ich bewundere die Menschen, die, naja, dass die das schaffen, Seele schaffen, sich das alles anzuschauen, um diese Menschen halt eben, ja, festzunehmen und zu finden. Aber das ist, ja, das ist Wahnsinn. Und ich merke auch richtig bei mir, wie mein Körper so ein Schutzmechanismus macht, dass ich mir, normalerweise habe ich immer, wenn wir über einen Podcast sprechen, Bilder im Kopf oder ich kann mir das vor, oder ich versuche mir das, ich versuche es mir nicht vorzunehmen oder ich stelle es mir automatisch vor. In diesem Fall überhaupt nicht. Ich merke richtig, oben ist einfach Black. So, als würde ich mich selber davor schützen, mir vorzustellen, wie es eigentlich aussieht, ein Baby zu vergewaltigen. Das sind einfach, das möchte ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und... Ich habe mal eine Doku gesehen über, also das war so eine Doku-Reihe tatsächlich, Wilder, wie hieß die früher. Da gibt es hundertprozentig auch noch irgendwo zu sehen, die war echt gut. Also da gab es verschiedene Themen, auch Drogen und sowas alles, aber eben auch Pädophilie. Und der hat sich mit mehreren Männern, vor allem waren das getroffen, die halt eben tatsächlich pädophil sind. Und es ist ja eigentlich, also man spricht da ja von einer sexuellen Neigung erst mal. Und der hatte mehrere da und der eine hat halt wirklich gesagt, er leidet da so sehr drunter, er hat das irgendwann gemerkt und ist sofort in die Konfrontation gegangen und hat sich Hilfe gesucht. Er hat eine Therapie angefangen, ist da auch offen in die Kommunikation mit seiner Familie. Vor allem, ich glaube, er hatte eine Schwester, die ein Kind hatte oder so. Der hat das dann gesagt, dass er irgendwie diese Gedanken zwischendurch hat, aber halt sich natürlich helfen lässt. Und hat dann sich zusammen mit der Schwester und deren Tochter, glaube ich, war das immer getroffen, damit er so in diese Konfrontation gehen kann und so. Und ich finde, also zumindest für mich, für mein Gefühl, ist das etwas anderes, weil für seine sexuelle Neigung kann man ja erst mal nichts. Ich finde nur, es ist die Frage, wie man damit umgeht. Dieser Fall jetzt hier, das ist nochmal eine komplett andere Geschichte. Aber ich finde, wenn dann da jemand ist, so wie auch in dieser Doku, dann ein anderer Mann, der dann wirklich da steht und sagt, naja, warum? Also O-Ton jetzt aus dieser Doku, wenn Eltern ihre Kinder abends in den Schlaf kuscheln können, dann kann ich das doch auch. Boah, ich breche gleich, ich breche gleich ins Mikrofon. Und das ist so, weißt du, da finde ich, da muss man echt unterscheiden. Also so tue ich es auf jeden Fall, weil eigentlich, wenn man so eine Neigung hat und die nicht haben will, dann tut mir das leid in erster Linie für diese Person. Und wenn man sich dann Hilfe sucht, dann ist das die eine Geschichte. Aber sowas, und jetzt in diesem Fall ist das ja wirklich hardcore, so schlimmer geht es ja gar nicht. Nee. Und da bin ich voll bei dir, Friedi, das muss einfach, also diese Leute gehören für immer eingesperrt, meiner Meinung nach. Weil der hat sterilisiert, sorry, er muss so alles abkappen, was es gibt. Die haben eigentlich alles. Also wirklich, ich habe das, ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber ich habe einfach das Bedürfnis, so diesen Menschen einfach nur extrem weh zu tun. Also das ist Wahnsinn. Ich wäre nicht gut aufgehoben in der Justiz. Das sollte ich nicht sitzen. Aber er ist ja verurteilt worden zu diesen 35 Jahren. Und allein die Frechheit zu besitzen, aus dem Gefängnis heraus weiterzumachen und wieder sich ein nächstes Opfer zu suchen und sie wieder zu fragen, was würdest du eigentlich machen, wenn deine zweijährige Tochter beim Sex dabei wäre? Also da merkt man ja einfach, dass dieser Mann keine Reue zeigt. 0,0. Ich finde, ja. Er ist geständig, ja, gewesen, aber Reue zeigt er nicht. Und ich weiß nicht, wurde ihm das zum Verhängnis im Gefängnis? Auf jeden Fall. Da komme ich sofort darauf zu sprechen. Eine Sache noch, wo ich finde, dass der auch keine Reue zeigt. Der soll wohl im November, also kurz dann, bevor er ins Gefängnis musste, hat er wohl am Telefon gesagt, zu dieser Verurteilung oder zu der Anklage vielmehr, das ist mega lolz, also auf Deutsch gesagt, mega lachhaft. Ich weiß nicht, warum sich alle über diese Sache so aufregen. Und vor Gericht wurde dann noch ein weiteres Telefonat von ihm angeführt. Da hat er einem Freund am Telefon ihm gesagt, dass kein medizinischer Beweis vorlege und niemand verletzt wurde. Außerdem habe er noch hinzugefügt, ich bin kein Pädophiler. Ich erklärte mich nur deshalb selbst für schuldig, damit keine Verurteilung erfolgt. Ich könnte niemals jemandem wehtun. Also da merkst du die verquere Wahrnehmung auch, dass der das gar nicht sieht. Das ist ein Fall von, brauchst du gar nicht weiter mitreden mit diesem Menschen. Er wird es niemals verstehen. Und ja, ich bin auch noch froh, dass die Richter da durchgegriffen haben. Ich auch. Und nun sitze ja, so wie du eben schon gesagt hast, seit Dezember 2013 im Gefängnis. Und ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, das wissen wahrscheinlich die meisten, wenn man im Gefängnis ist und dann als Kinder, als Schänder, als Pädophiler, als auch nur ansatzweise irgendwie Kinder angefasst hast, dann hast du da echt ein Problem im Gefängnis. Weil das ist selbst für die Kriminellen, ist das wirklich einfach unter aller Sau, sage ich jetzt mal. Genau, also selbst für die schlimmsten Mörder, sage ich jetzt mal, ist das so, als hätten sie dann doch einen Ehrenkodex, wobei natürlich das auch streitbar ist. Ja. Und so war es, dass am Morgen des 5. August 2023, also vor ungefähr einem Jahr jetzt, ihn drei Mithäftlinge in der Haftanstalt in Wakefield, das ist südlich von Leeds, in Wales, als Geisel genommen und misshandelt haben. Sie sollen ihn geschlagen und mit einem Gegengestand attackiert haben. Diese Attacke ging ungefähr sechs Stunden und dann konnte er von Gefängnisbeamten befreit werden. Und ein paar Monate darauf wurde dann bekannt, dass dieser Gegenstand, mit dem er attackiert wurde, eine angespitzte Toilettenbürste war. Und damit hatten sie versucht, ihn niederzustechen. Und Atkins wurde schwer verletzt. Es hieß damals, er befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand und es wird befürchtet, dass er sterben könnte. Wenn er überlebt, hat er großes Glück gehabt. Dieses Glück hatte er, er hat überlebt. Und man vermutete dann natürlich direkt, okay, das ist irgendwie eine Erinnerung an seine Taten. Man wollte ihn bezahlen lassen. Aber da spielten auch wieder die Drogen eine Rolle. Denn er hatte Schulden. Er hatte Drogen sich gekauft oder wollte sie haben von einem anderen Mithäftling. Und die waren wohl 150 Pfund wert. Aber dieser andere Häftling wollte wohl mehr von ihm haben, eben weil er ein Promi ist. Und man wusste, dass Ian Watkins halt eben in dem Gefängnis einfach, ja, diesen Promi-Status hatte. Und es ist wohl so, dass er jetzt sehr viel Geld zahlt für so Personenschutz. Also in diesem Gefängnis, das hat ein Mithäftling zu Protokoll gegeben, der sagte, er wird von vielen gehasst. Aber da dieses Gefängnis, dieses Wakefield-Gefängnis gemischt ist, da befinden sich wohl hochrangige Kriminelle, Drogenimporteure, organisierte Verbrecher. Und die nehmen einfach das Geld von Ian Watkins, damit die ihn so ein bisschen schützen können. Weil er halt eben nach dieser Attacke natürlich irgendwie so ein bisschen Angst um sein Leben hat. Ja, das sind so die aktuellsten Schlagzeilen um ihn. Also der sitzt da noch einige Zeit drin. Oder hat wahrscheinlich Angst vor einem neuen Angriff. Zu Recht natürlich auch, wenn man so mal drüber nachdenkt irgendwie, klar. Ja, also er sitzt weiter drin. Seine anderen Bandmitglieder von den Lost Profits hatten in der Zwischenzeit dann eine neue Band auch gegründet. Also die haben sich natürlich danach aufgelöst. Neue Band gegründet namens No Devotion, um irgendwie ein neues Kapitel ohne ihn starten zu können. Aber es ist natürlich auch bitter, wenn sowas immer wieder, weil gib einmal Lost Profits im Internet ein, dann kommt sofort das. Das ist halt auch krass, wenn du irgendwie selbst nichts damit zu tun hattest und eigentlich nur deine Musik machen willst und dann hast du so einen Liedsänger, der da so dunkle, dunkle Geheimnisse mit sich rumträgt. Und dann bist du auch auf einmal davon betroffen irgendwo, ne? Ja. Wobei, und da auch natürlich auch im Raum steht, ob sie wirklich nichts davon mitbekommen haben. Also inwiefern kann man sowas nicht mitbekommen, aber das ist jetzt, das geht dann wirklich sehr, sehr in die Spekulation. Ja, der Mann, ich habe gerade mal nachgerechnet, sitzt noch bis 2047, müsste er noch im Gefängnis sitzen. wenn er nicht vorher wegen Bewährung... Da kommt keine Sekunde vorher raus, wirklich. Hoffentlich, aber die waren ja noch diese sechs Jahre auf Bewährung ausgesetzt. So gehen wir mal davon aus, dass er drinbleiben muss. Dann ist es bis 2047, also hat er noch 23 Jahre, die er da absitzen muss. Und hoffentlich, ich muss es leider sagen, eine extrem furchtbare Zeit hat und sich mal lange Gedanken darüber machen kann, was er da eigentlich als furchtbare Partner gemacht hat. Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist das Problem, das macht er nicht. Ich glaube das wirklich, also ohne den jetzt persönlich zu kennen, deswegen ist das jetzt einfach nur mal eine krasse Vermutung, aber so wie das wirkt, dass er da sitzt und sagt, das ist mega lachhaft, dass er irgendwie sagt, er sei nicht pädophil, der hat ja null reflektiert, der ist ja gar nicht irgendwie da mit sich ins Gericht gegangen. Jimmy Savile hat das ja damals auch nicht gemacht. Genau. Also wenigstens wurde Ian Watkins noch zu seinen Lebzeiten verurteilt, dann ist es noch rausgekommen. Jimmy Savile hat ja noch sein ganzes Leben gelebt und dann ist es doch danach alles rausgekommen, als er schon verstorben war und das fand ich ja auch so unfair, das weiß ich noch. Also die Folge hört sie euch auch gerne nochmal irgendwann an, wenn ihr möchtet. Das war auch echt eine Folge, die hat mich auch mitgenommen beziehungsweise das ist eine der Folgen, die lange in Erinnerung geblieben sind, über die ich immer wieder nachdenke, wo ich immer wieder merke, wie kaputt manche Menschen sind und was geht eigentlich manchmal ab in dieser Welt und ich bin so froh, dass die meisten Menschen nicht so sind und nicht so kaputt sind, aber wenn ich mir solche Fälle angucke, dann könnte man einfach nur verzweifeln und kriegt man Angst um seine eigenen Kinder und kann einfach nur froh sein, wenn man irgendwie heil durch die ganze Sache schifft und niemals in die Fänge von einem solchen Monster gerät. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht, gerade hier, jetzt teilt gerne mal eure Meinung mit, wusstet ihr, kanntet ihr den Fall, habt ihr das damals schon mitbekommen? Ja, also, ich merke übrigens, dass ich so konzentriert war während der Folge, auch nicht zu heulen, so konzentriert war nicht loszuheulen, dass ich schon gar nicht mehr richtig weiß, was ich erzählt habe. Ich werde mir diese Folge definitiv nicht nochmal anhören. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr es interessant fandet, dass wir euch mal wieder ein wirklich richtiges dunkles Geheimnis über einen Promi verraten konnten. Ja, Nini, und dann würde ich sagen, nächste Woche vielleicht doch nochmal ein leichteres Thema für hinterher, falls ihr uns am Bingen seid und Folgen hintereinander weghört, vielleicht dann eine zum Schmunzeln. Julian Titlo vielleicht. Kleiner Scherz, aber nicht angebracht. Oder vielleicht machen wir nächste Folge Rangelina. Finde ich auch gut. Könnte man ja machen. Die waren ja jetzt in Venedig. Es gibt so viel, was man machen kann. Es gibt so viel. Ja, Aber lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall und ich würde auch sagen, das war jetzt einmal wieder was Härteres, aber ja, das reicht jetzt auch erstmal wieder. Genau. Macht euch trotzdem meinen schönen Tag. Genau, wir denken an euch und wir haben euch lieb. Ich wollte mal kurz sagen, habe ich Bedürfnis, das jetzt nochmals nach so einer Folge zu sagen. Klingt sehr emotional angefasst. Sehr emotional angefasst. Also, einen schönen Tag und bis nächste Woche. Bis dann. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster. Doppelig. 꾼� Untertitelung des ZDF, 2020